Zu dieser Zeit wurde mehr als 1000 Konzepte gespielt. Zu dieser Zeit haben wir mit vielen bekannten, deutschen bekannten Künstlern gearbeitet. Zum Beispiel Wata Illich, Bill Ramsin, Bruce Rott, Willi Hagara, Rehan Mori, Waltrault Haas, Fred Edelman, Angel Durant und so weiter und so weiter. Für Gäste, jeden Abend hören Sie mir unsere Kapelle an den Künstlern gearbeitet und für Sie Tanzmusik spielen. Heute werden wir uns selber geladen. Im heutigen Programm werden Sie viele bekannte überwinden können und wir hoffen, dass Ihre Zeit heute im Musiksalon nicht umsonst wird, sondern dass Sie unsere Konzepte genießen werden. Liebe Gäste, mit einem Applaus von Ihnen lade ich Ihren Kapelle Labyrinth, Albin Bühne, an. Wie ich schon gesagt habe, Labyrinth kommt aus Georgien und natürlich der erste Nummer von Labyrinth ist ein Popuri von Georgischen Lieder. Und das zweite Lied ist auch ein georgisches Lied, alte georgische Romanze mit dem Titel Der blaue Appel. Liebe Gäste, wir sehen auch die Bühne heute Abend in die Kapelle Labyrinth aus Georgien. Gäste, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gäste, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.